Jo, willkommen zurück, meine Friends! Ja, ganz dezent, ganz dezent! Ja, ich brauche keine Waffen, ich entwickle Klauen. Mit Werkzeugen kann man etwas schaffen, das stärker ist als dein Panzer oder deine Klauen. Werkzeuge bleiben gleich, ich sammle, ich entwickle mich. Ach so, DHK, natürlich, daran liegt's. Dieser Ort ist sehr abgelegen, trotzdem wird er so streng bewacht wie Kohai selbst. Die Terraner müssen hier etwas sehr Wertvolles verstecken. Technologie dieser Größenordnung? Dazu sind Arcturus Ingenieure nicht in der Lage. Vielleicht haben sie Efe von einer Höhe gemacht. Wenn es Antorgen gibt, dann im Inneren. Das sehen wir ja dann gleich. Die Skypie-Station. Das geheime Waffenlabor der Liga. Sie ist das Herz von Mengsk's Hybriden-Programm. Erzähl mir von den Hybriden. Eine Kombination der DNS von Zerk und Protos. Etwas, das unmöglich sein sollte. Und diese Kreaturen folgen wirklich den Befehlen von Mengsk? Das glaubt er zumindest. Ich selbst bin da nicht so sicher. Zucker. Zucker. Die Vorhut deines Schwabens kontrolliert den Eingang zum Labor. In Hybriden warten im Inneren. Lagen wir sie zu Hölle. Jo, jagen wir sie zu Hölle. Beide. Ich habe einen Kampf zu führen. Ich muss mich von dem Wesen warnen, dass dieses Labor leid. Kokonarut. Ein uralter Gestalt und Wanderer, der im Laufe der Jahre viele Freunde angenommen hat. Er hat mich zu dem gemacht, was ich fühle. Also ist er kein Terraner. Protos? Er kann nicht sag sein, das wüsste ich. Nichts davon. Er ist der Diener eines uralten Zernada namens Amon. Ich habe auf Zeros von Amon gehört. Er ist tot. Nun, seine Schöpfung wird weiter. Narut ist die vierwünste Kreatur, der mir begegnet. Und dort drin wirst du ihm dir gegenüberstehen. Ja, das sehen wir ja dann gleich, ob der wirklich so gefährlich ist. So gefährlich kann er nämlich gar nicht sein, weil, naja, schließlich sind wir Kerrigan. Und Kerrigan hat auf Zeros die Kerrigan-Form erhalten. Ich bitte euch, habt ihr euch schon mal den Arsch angeguckt von ihr? Rrrrrr. Äh. Äh. Ich kriegs kotzen. Wir sind drin. Kerrigan. In diesem Labor befindet sich die Krönung von Naruts Forschung. Hybrid. Sie sind die ultimative Waffe für die letzte Schlacht. Die Hybriden erwacht es. Ah. Was geschieht mit dir? Er greift mich psionisch an. Schwächt mich. Bleib stark. Töte den Hybriden. Oder wir sind alle den Untergang gewagt. Ja. Nichtsdestotrotz. Fangen wir an wie immer. Töte den Hybriden, bevor dich sein Angriff umbringt. Erledigt ihn. Sofort. Was ist es diesem? Müssen wir das jetzt wirklich als erstes machen? Anscheinend ja. Der Hybriden ist tot. Aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Es sind noch ganze sieben übrig, so wie ich sehe. Du bist hier nicht willkommen, Kerrigan. Meine Königin. Ich habe überall im Labor aktive Psy-Signaturen von Hybriden festgestellt. Dann schickt man schon mal drei dahin. Habe ich überhaupt einen Roach Warren bekommen? Ne, also anscheinend kann ich gar keinen Roach Warren bauen. Also habe ich keinen Roach Warren hier. Macht nichts. Baue ich ihn mir halt selber. Ist das schon ein Leer? Ja. Vier mal zwei sind acht. Das habe ich zu viel gemacht. Erstmal noch einen schönen Schößling dazwischen. Und hier. Dass wir ja. Es sind noch zwei zu viele. Also müssen wir einen hier noch machen. Machen wir das so. Ah ja. Ah ja. Ja. Ha 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 ha. Das ist alles kein Stress, also. Baue mal Roaches erstmal. Nur Roaches. Das ist schon wichtig. Machen wir das mal hier. Und machen wir noch einen hier. Damit der nicht zwei auf einmal bekommt. Kommt. Ich werde vergeltet. Erfüllt euren Zwick. Tötet sie alle. Ein Hybrid greift dich mit zionischer Energie an. Ja. Du darfst eliminiert werden. Oder du wirst den Antriff nicht überleben. Sind schon auf dem Weg. Ja. 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 Wir kennen keine Gelerntiven in der Zeit. Der Tod erwartet dich. Ja. Ja. Sehr schön. Ein Hybrid weniger. Jetzt kontrolliert der Schwarm diesen Bereich des Labors. Das macht mir Freude. Das wiederum macht mir keine Freude. Kann man noch irgendwas bauen? Ja. Ein Hydralisken-Dent kann man auch bauen. Aber ich werde eh keine Hydras bauen. Erstmal nur Roaches. Erstmal nur Roaches. Letztendlich brauche ich mehr Roaches. Mehr Roaches. Der Oberum geht weiter. Und dann machen wir mal weiter. Komm, 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 komm. Was? Na, dann gehen wir mal rüber, meine Kompagnons. Ja, die haben wir aufgegessen. Oh, die haben wir aber aufgegessen. Die Neger hat einen Brutalisten gefangen genommen. Wenn ich nahe genug herankomme, kann ich ihn kontrollieren. Deine Königin lauft. Ja, ja, Kerrigan, du weißt, was du machst, gell? So, machen wir mal, ja. Mutters. Schön hier, Queen. Und... Was kann man noch bauen? Ein weiterer Hybrid wurde freigelassen. Sie müssen vernichtet werden. Wie weit ist denn der weg? Der ist ja ewig weit weg. Oder? Oh, ne, der ist direkt hier. Komm her. Kannst ja mal direkt da ein Ding hinsetzen. Oh, ja, zack. Oh, hier haben wir sogar eine Base für uns, oder was ist? Oh, Zucker. Ja, Zucker. Roach's Bone, Roach's Bone. Oh, 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 oh. Was ist das? Oh, 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 oh. Oh. Oh, Zucker. Wir müssen definitiv eine Verbindung zwischen unseren... Dingern hier herstellen. Ja, wir sind ja hier auf dem Weg schon. Ich bin schon bei 200 Supply-Kumpels. Bauen wir uns noch ein paar... Alles gleich im Bärchen. Sonst, was kann man hier machen? Zu Schleicherbau mutieren. Ah ja. Soll die mal nicht so eine Welle schieben, bitte. Ja, komm. Ah, meine ganzen Mutters... Naja, scheiß drauf. Passiert. Aber hier haben wir eine dritte Base jetzt. Drei, sechs, neun, elf mal zwei sind 22, die wir da jetzt haben. Ein Hybrid hat begonnen, dich mit zionischer Energie anzugreifen. Ja. Du kannst das Unvermeidliche nicht bekämpfen. Ja, ja. Wie viel? Fünf Stück sind das? Fünf Stück sind in Ordnung. Alles klar, Romaro. Sieben. Sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Neunzehn. Einer ist perfekt zu viel. Als ob ich es nicht gewusst hätte, dass wir hier jetzt... Also wir müssen da jetzt runter langsam. Aber... Als ob ich es nicht gewusst hätte, dass hier was wäre. Das ist schon ganz groß von mir. Ganz, ganz groß. Das ist schon ganz groß von mir. Ach, das sind zwei zu viel. Ach, komm. Wir machen den jetzt erstmal für... Boah, jetzt macht der hier schön Psy-Stürme oder was. Oh, die tun aber echt weh sogar. Ach ja, deswegen machen wir ihn kaputt. Wäre ich mal für. Oh. Nein, Mutter Lisk. Den hole ich gleich. Scheiße. Na ja, gut, dann holen wir uns den ersten Mutter. Das machen wir dann so. Ja, ist natürlich so, dass es jetzt... Wir gehen jetzt erstmal hier das erste Mal hier in der Story, dass wir 3-Base spielen. Was ist denn das denn das Neue? Ach nee, das ist ein Mutter. Kann man sich den direkt holen, ohne angegriffen zu werden? Oder muss man dafür... Ach, dafür muss Kerrigan da rein, oder was? Oh, Micro hier von mir. Ganz groß. Ganz groß. Wirklich ganz großes Kino hier. Was ist es diesmal? Da haben wir hier mal 2 Spinecrawler noch hin. Da haben wir schön alles aussortiert. Ja, das müsstest du jetzt langsam machen, Kerrigan, weil langsam geht dir die Puste aus. Das ist 3 Minuten noch. Schon etwas enger geworden, muss ich sagen. Eieieieiei, jetzt wollen wir hier auch noch eindringen. Jetzt sind wir schon bei 207 Supply. Er ist not bad at all. Not bad at all. Oh, Mama, das ist einfach mal so. Vielleicht hilft's. Probieren wir es einfach so. Viel hilft viel. Ja, ja, wir haben ja... Kein Stress. Wir wollen ja auch ja alles erledigen, oder? Jetzt, komm. Ah, das war ja Zucker, was hier passiert. Das sind ja noch immer über 200 Supply. Das sind ja immer noch über 200 Supply. Das sind ja immer noch über 200 Supply. Haben wir noch ein Pärchenbärchen. Krippel-Hedge. Again and again. Ja. Ich denke, dass sie das spürt, sonst würde sie nicht so reagieren, oder? Ja. Aber ich denke, sie ist stärker, sonst wäre sie schon links tot, oder? Oder sehe ich das wrong? Ja. Ja. Du überraschst mich, aber deine Lage ist doch immer hoffnungslos. Wenn das hier vorbei ist, bist du an der Reihe, Naruto. Natürlich. Ich habe zwei Hybrid-Signaturen aufgespürt. Sie befinden sich ganz in der Nähe. Ich bin der Schwarm. Zwei auf einmal. Oh, wollen wir das doch mal probieren. Wir kämpfen uns jetzt erstmal hier durch, so wie wir das geplant haben. Gehen dann jetzt erstmal nach oben. Ach, Gott. So. Krippel-Hedge bekommt mir zu viel Damage. Ich weiß noch nicht, wo sie gerade steckt. Ach, da. Wir brauchen mehr... Einheiten. Ja, ja, das sehe ich schon, dass sie angegriffen werden, also... Mach mir bitte keinen Stress, aber ich sehe das schon. Aber wir machen hier die letzte Terranische Festung... ...tod. Denke ich mal, dass das die letzte war. Oder auch irgendwie nicht so. Ist ja auch Wayne eigentlich. Ist ja im Prinzip Wayne, wir sind maxed out. 200. Haben unsere Nebenmissionen erreicht. Kann jetzt kommen, was wolle. Der Schwarm erobert alles. Ja, ja, splitten ein bisschen. Was ist es diesmal? Wir wollen ja professionell wirken. Ja. Oh, Zucker. Ach, Zucker, aber mein Supply ist gar nicht gedroppt. Sehr schön. Ba Ba Vad Mann Ja. Hast du